Wie bitter ist das aus Ihrer Sicht als Tor, dass Sie heute wirklich wenig Bälle zu halten am Ende, trotzdem waren zwei Schüsse drin? Ja, sehr bitter. Also ich will der Mannschaft natürlich immer helfen und habe auch auf die Situation gewartet und ja, konnte nicht viel machen bei dem Tor, aber es war auch für mich, ich glaube jeder ist niedergeschlagen und mir geht es genauso. Bis zum nächsten Mal.